Auf eine bessere Zukunft hoffen Einzelhändler, nicht nur hier in Leipzig. Die Corona-Krise hat Umsätze einbrechen lassen. Die Bundesregierung will mit dem heute beschlossenen Konjunkturpaket gegensteuern. Mit den Stimmen von Union und SPD wurde unter anderem entschieden, die Mehrwertsteuer zu senken. Von 19 auf 16 Prozent zunächst bis Jahresende, bei vielen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs von 7 auf 5 Prozent. Wir wollen, dass der Konsum vorangeht, dass die Leute wieder den Schalter umlegen, dass die Unternehmen investieren und dass wir nach dem Lockdown von Corona jetzt wieder nach vorne kommen und die Konjunktur anschmeißen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Mehrwertsteuersenkung ist der entscheidende kurzfristige Impuls. Wird die Senkung an die Verbraucher weitergegeben, kostet ein Stück Butter im Supermarkt für 1,70 Euro künftig 3 Cent weniger. Ein Jackett im Kaufhaus für 170 Euro wird 4 Euro billiger. Bei einer neuen Sofa-Garnitur für 1.700 Euro macht die Steuersenkung 42 Euro aus. Wie sehen das die Verbraucher? Bei kleinen Dingen, denke ich, fällt es nicht weiter ins Gewicht. Und große Anschaffungen sind ohnehin nicht geplant. Insofern, glaube ich, geht das jetzt an unserem Haushalt ohne Wirkung vorbei. Viel zu kurzfristig. Müsste was länger sein. Ich denke, man hätte so einen längerfristigen Effekt. Aber momentan. Also wir sind niemand, der deshalb kurzfristig was kaufen würde. Wir haben es nötig. Die werden höchstwahrscheinlich auch ein Auto kaufen. Der Bundesrat stimmte ebenfalls für das Konjunkturpaket, in dem auch Hilfe für Alleinerziehende und ein Familienbonus von 300 Euro pro Kind enthalten sind. Auch Thüringens Ministerpräsident ist für das Paket, mahnt aber, Die Schere zwischen Ost und West dürfe sich durch Corona nicht vergrößern. Denn das Konjunkturpaket fördere wirtschaftlich schwächere Länder nicht stärker. Es ist richtig so zu handeln, aber es ist auch richtig, tatsächlich auch nochmal genauer hinzugucken und zu sagen, wir brauchen Ausgleichsmechanismen, damit diejenigen, die Hilfe brauchen und die schwächer sind, diese Schwächen gestärkt kriegen und nicht die Schwächen noch vergrößert bekommen. Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass das Paket der Konjunktur einen Impuls geben, den harten Corona-Absturz aber nur abfedern kann. Und bei mir ist jetzt Professor Oliver Holte-Möller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Die Mehrwertsteuersenkung ist beschlossen. Nach MDR-Recherchen wollen aber viele Menschen gar nicht zusätzlich konsumieren. Wem nützt denn dann diese Steuersenkung? Tja, das ist die große Frage. Wir haben eine dramatische wirtschaftliche Lage und es ist gut, dass die Wirtschaftspolitik versucht, gegenzusteuern. Allerdings ist eine Mehrwertsteuersenkung jetzt nicht die zielgenauste Maßnahme, die man sich denken kann. Und das hängt eben damit zusammen, dass man gar nicht genau weiß, wo und wann diese Maßnahme wirkt. Sie selber kritisieren ja konkret, dass vor allem diejenigen Konsumenten profitieren, die besonders viel Geld ausgeben könnten. Was bringt denn aber dann die Steuersenkung den Haushalten mit kleinem Einkommen? Ja, denen bringt es wenig. Natürlich haben sie die größte Ersparnis, wenn sie viel Geld ausgeben. Also Haushalte mit einem großen Einkommen werden stärker begünstigt als Haushalte mit einem kleinen Einkommen. Und hinzu kommt, dass eben wir Einbußen haben, vor allen Dingen in Bereichen, in denen auch die Einkommen klein sind. Wenn sie die Gastronomie nehmen, das Tourismusgewerbe, dann gibt es eine ganze Reihe von Berufsgruppen, die ohnehin geringe Einkommen haben. Und da ist natürlich jetzt diese Mehrwertsteuersenkung überhaupt nicht hilfreich. Kann ich denn als Verbraucher erkennen, ob und in welchem Umfang der Handel die Steuersenkung an die Kunden weiterreicht? Ja, theoretisch kann man das erkennen, wenn man den Taschenrechner zur Hand nimmt. Oder manche Unternehmen haben ja auch angekündigt, das explizit auszuweisen, sodass man es gut nachvollziehen kann. Man muss ja aber auch dazu sagen, wir sprechen hier von zwei Prozentpunkten bei dem oberen Mehrwertsteuersatz. Mehrwertsteuersatz, das sind natürlich auch Beträge, die im Alltag gar nicht so ins Gewicht fallen. Man darf auch nicht vergessen, der größte Ausgabenblock für viele Haushalte ist die Miete. Die Miete ist ohnehin mehrwertsteuerfrei. Also bei vielen Positionen wird das gar nicht groß ins Gewicht fallen. Das Statistische Bundesamt hat ja die Effekte der Steuersenkung auf die Inflation durchgespielt. Bei vollständiger Weitergabe könnten Kunden mit Preissenkungen von 1,6 Prozent rechnen. Würde denn das die aktuelle Teuerungsrate ausgleichen? Wir haben sowieso im Moment Sonderbewegungen bei der Inflationsrate aufgrund günstiger Energiepreise. Insofern überlagern sich dort immer verschiedene Effekte. Es ist ja jetzt aber so, dass die Konsumnachfrage nicht in erster Linie aufgrund der Preise gedämpft ist, sondern die Menschen gehen nicht gerne in den Laden, weil sie Angst haben, sich anzustecken, weil sie eine Maske tragen müssen. Damit macht das Shoppen nicht so viel Spaß. Und solange wir diese gesundheitspolitische Lage haben, dürften auch viele konsumstimulierende Maßnahmen mehr oder weniger verpuffen. Nun ist der zweiter großer Bestandteil des Konjunkturpaketes der sogenannte Familienbonus. Also 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind. Hier sollen vor allem Familien mit weniger Geld profitieren. Aber wie funktioniert das dann in der Praxis? Ja, das ist richtig. Bei dieser Maßnahme profitieren in erster Linie Familien mit einem niedrigeren Einkommen, weil Familien mit einem hohen Einkommen durch die Verrechnung bei der Einkommensteuer am Jahresende keinen Vorteil haben werden. Dennoch ist auch diese Maßnahme nicht wirklich zielgenau. Für diejenigen Familien, die wirklich Einkommenseinbußen haben, wo der Arbeitsplatz vielleicht weggefallen ist oder große Umsätze in familiengeführten Betrieben wegbrechen, da sind 300 Euro natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf der anderen Seite gibt es Familien, die gar keine Einkommenseinbußen haben und die Hilfe nicht jetzt benötigen. Also auch diese Maßnahme ist nicht sonderlich zielgenau. Oliver Holte-Möller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, vielen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne.